Hallo, hier sind wir wieder, die Jungs von PB Play. Ich bin der Brennan. Und ich bin der Dale. Und wir haben hier ein neues Schmankerl der Spielewelt für euch, Cube World. Cube World! Genau. Ein MMORPG im, kann man sagen, Minecraft-Look, aber mit Minecraft nix an der Mütze. Nee, gar nix. Der Entwickler hat sich da natürlich von inspirieren lassen auch, das lässt sich auch fast nicht abstreiten. Aber natürlich auch von anderen Spielen wie WoW, was hat er noch, Monster Hunter oder sowas hat er noch genannt und was weiß ich alles. Und ja, wir fangen natürlich, wie sich das gehört, bei den MMORPGs an, damit einen Charakter zu erstellen. Und das machen wir jetzt erstmal. Dauert auf jeden Fall nicht so lange wie bei Bergens Prophet hier. Das stimmt. Hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten, also es gibt hier Menschen, Elfen, Zwerge, Orks, Goblins, so Lizardmen, also so Echsenmenschen. Also Yoshi-Typen. Yoshi-Typen, Undeads. Die sind eigentlich irgendwie cool. Ich find den irgendwie geil. Frogman ist total doof. Ja. Aber weiß ich nicht. Ich find den Undead irgendwie geil. Ich hab einen Menschen genommen. Ich glaub ich dem Undead. Ich find den super. Wie der schon guckt, find ich schon geil. So, ja, natürlich, das Geschlecht kann man auswählen. Ähm, die Klasse, da gibt es einmal hier den Warrior, den Krieger mit der fetten Keule. Der kann aber auch Schild und Schwert tragen zum Beispiel oder Zweischwerter. Dann gibt es den Ranger, ist so ein Bogenschützen-Typ, so ein Jäger-Mann. Natürlich ein Magier. Und, äh, ein Rogue, also so ein Schurken. Und den werd ich mal nehmen. Ich glaub, der Dale nimmt den Ranger, ne? Ich hab den Ranger, genau. So, dann kann man noch vorgefertigte Gesichter auswählen. Also nicht wie bei Dragons Prophet, wo man jeden Scheiß auswählen kann. Ja, jeden Muskel sozusagen anpassen. Ja, genau. Bis hin zu den Arschmuskeln kann man alles... Ach hier, Andeads sind ja super geil. Das Gesicht ist immer gleich. Man kann einfach nur die Augen verändern. Super. Ja, geil. Und die Hautfarbe ändert sich dann. Ja, nee, aber nicht wirklich. Aber bei Andead weiß ich nicht. Also bei Andead kriegst du dann auch mal einen Braun, so eine Schoko-Nugat. Ja, ja, das hab ich gesehen. Bei Andeads nicht. Aber ist egal, ich nehm den trotzdem. Ich find den geil. Ja. So, ich nehm hier mal so... Einfach die Augen, scheißegal. Und ein Haircut. So. Nee, das ist blöd. Andead haben doch keine Haare. Deswegen, aber ich guck jetzt mal, was es zumindest gibt. Geil. Okay. Vorne und oben dick. Ach, geil, so ein Iroh, der ist eigentlich geil für so einen Andead. Oder hier so Zottelhaare, so Resthaare. Auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. Oder halt ne Glatze. Ich nehm ne Glatze, weil das gehört dazu. Genau. Obwohl, ich könnte auch mal den Iroh... Wenn man den jetzt nicht... Oh, keine Haut, es wachsen auch keine Haare. Wenn man den nicht in blond machen, sondern in schwarz, sieht eigentlich ganz witzig aus. Machen wir das so. Brennan. Und ab dafür. Das war's nämlich schon, was man auswählen kann. Jetzt hab ich hier eine World, aber die spielen wir nicht. Wo muss ich jetzt drauf gehen? Connect to Server, ne? Genau. Connect to Server und dann... Ah, die Server. Den hab ich mal angetestet. Der lief ganz gut. Also ohne Legs und alles. Vor allem konnte man da Türen öffnen und Sachen aufheben. Bei manchen Servern funktioniert das nämlich nicht und ich weiß nicht, woran das liegt. Also, falls ihr spielen wollt, cw.cubeworld-italia.it sind wir drauf. Genau, ich connecte da jetzt schon. Ich auch. Please, right? Oh, fuck, Alter. Entschuldigung, dass ich jetzt so... Aber... Da hab ich grad einen Hörschlotz gekriegt. Lecker mio, ey. Was, Quest Complete, die Fize-Ula. Geil, ich hab schon Quest Complete. Wie mach ich denn das jetzt? Achso. Scheiße, wo bist denn du? Boah, fuck, das ist der Dobeck direkt in mir. Voll der Neger, Mann. Ich bin direkt in mir drin. Yeah, geil. Ich bin voll der krassere Typ. Ey, ey, wir sind in einer Gruppe mit Olololol und Grammli. Grammli. Ne, der zeigt alle an, die hier auf dem Server sind. Achso. Okay. Cool. Zeig mal, zeig mal, zeig mal den Dobeck. Du hast doch gesagt, der sieht aus wie du. Ja, ja. Warte, warte, warte. Ja, bleib mal stehen. Na, ich dreh mich um so. Ah, jetzt bleib doch mal stehen. Boah, krass, ey, der sieht aus wie der Dobeck. Super, ne? Die Haare, alles, ey. Super. Okay, lass losgehen jetzt. Ich kann, ich kann jetzt kein bisschen die Steuung. Ich muss mal kurz, warte. Warte mal kurz. Ja, der Ton ist ziemlich laut. Der Ton ist ziemlich laut. Sound, da mach mal. Sound Effects, mach mal 60%. Music, Volume 10. Apply. Dann mach mal hier mal 50. Apply. Träb ich dich. Ne, ne? Das ist kein PvP, ne? Ne. Ich war für nicht. Äh, ja, auf die... Kannst auf die Map gehen, dann siehst du halt die Welt hier. Ja. Wir können... Sehr cool gemacht übrigens, wie ich finde. Kann man die auch... Ah, ja, genau so. Da hinten ist was. Guck mal, da. Wo? Warte doch mal, ich komm hier nicht hinterher. Du sagst, ich soll die Map öffnen und dann... Ach so, da war ein Dinosaurier. Guck mal da oben. Ah, lass den mal jagen, Junge. Den... Metz den mal voll weg, Junge. Wir müssen nur alles mitnehmen, was hier auf dem Boden liegt, ne? Hier, lass mal die Bäume weg. Ach, hier ist noch so ein Busch. Hier ist noch. Ich muss mal zeigen, was ich so kann. Wo ist der Dinosaurier? Ich bin Dinosaurier, ja. Wie hebe ich das auf? Mit E. Ah, mit E, genau. Du darfst nicht Q drücken, ne? Dann nimmst du deine... Oh, scheiße, ich hab Q gedrückt gerade. Das ist so... Ihr dürft nicht nach links gucken. Und alle gucken nach links. Drück mal... Drück mal Tab. Ja. Mal Tab drücken. Ja, hab ich. Und wenn du dann andere Sachen hast, kannst du das wechseln, weil die Haltrenke... Hab ich aber nicht. Die Haltrenke kannst du in der Bewegung nutzen. Ich hab hier so eine Fackel draußen. Wie mach ich die wieder weg? Äh... F. Ah, F, okay. Cool. Flashlight, ne? Ja, Flashlight. Ach so, Flashlight. Ja, macht Sinn. Wir gehen erstmal jagen. Wir sollten mal aufpassen. Alles, was rot ist, das sollten wir nicht machen. Ja. Oh, hier ist auch... Wie, was rot ist. Was meinst du damit? Warte mal, ist auch noch voll laut. Die haben einen Namen, wenn du die anguckst. Ja. Irgendwann sagt der dir, wie die heißen. Wenn die einen roten Namen haben, dann sollte man da vorsichtig sein. Also, Language kann man auch einstellen, aber das hat sich irgendwie gar nicht verändert, als ich das umgestellt hab. Also... Ne, bei mir auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab gelesen, Language 2 wäre deutsch, war aber nicht. Okay. Ähm... Da, links, links von uns. Da, in die Richtung. Da, da. Unter uns, da. Ach da, der Vogelmann. Ja, lass den weg, Snabbeln. Dann kannst du einfach direkt sterben, ne? Ist egal, dann sterben wir halt. Wir snaggeln den jetzt weg und dann ist gut. Ja, ich komm gar nicht dazu, den zu schlagen. Scheiße. Du hast Nahkampf, ne? Ja! Ich... Jetzt hab ich ihn. Boah, da hab ich ihn erwischt. Oh, der hat mich erwischt. Ach nee, zwei, warte. Ach nee, das ist... Ah, Maustaste, genau. Das war ja nicht die Zahl. Ja, so ist das sehr uneffektiv. Ja. Du musst die wahrscheinlich anficken und dann... Ja, ganz genau. Hast den erwischt? Ja, ich treff den zwischendurch mal aber nur. Ich muss halt an den... Ich kann den nämlich vergiften. Jetzt ist der vergiftet. Siehst du, jetzt ist der so grün auch. Ja, ist denn der vergiftet? Das ist ja geil. Das ist meine Fähigkeit. Okay, wir haben den. Boah, geil! Zwei XP! Aber ich konnte irgendwie... Hier könnte man auch irgendwie in so ein Skillfenster rein. Warte mal. Ja, X. Ah, X. Aber dafür musst du erst Skillpunkte kriegen. Mit C kannst du ins Kot... Aber du kannst doch schon... Du kannst doch schon die... Die Spezifizierung auswählen. Da hast du auch zwei... Oben zwei und dann kannst du unten auf Learn drücken schon, wenn du das andere nimmst. Ja. Ich hab Sniper und Scout. Du kannst keinen lernen danach. Ja, klar. Wenn ich jetzt auf das andere gehe, auf Ninja, dann kann ich unten Learn drücken. Achso, dann kannst du das lernen, klar. Aber Scout ist scheiße. Ich mach Sniper, oder? Ich hab Ninja. Ninja ist cooler als Assassin, glaube ich. Ja, das ist geil. Ich nehm Sniper. Okay. So weiter, ja. Da hinten sind Spinnenweben. Boah, geil. Holen wir uns. Boah, der Distanzschutz ist richtig cool eigentlich, ne? Mhm. Hab ich auch genommen. Warst du ne Blume? Wir können nachher ja auch alles teilen, dann weißt du? Ja, wir sind da eh, Bruder. Hier ist ein Feuer. Da kann man sich hinlegen. Können wir, äh... Ne, das sind nur Tische. Ah, das sind nur Tische. Schade. Diese Herzblumen, die brauchst du für Heiltränke nachher. There's nothing special. So, sollen wir sonst erstmal nach Garko City gehen? Ja. Können wir machen. Und da kann man nämlich Flaschen kaufen und sowas. Dann auf dem Weg dahin alles, was wir finden, mitnehmen. Der Busch da hinten zum Beispiel, der? Der, auf jeden Fall. Weil er hat Holz, kann man da verkaufen. Dafür können wir Flaschen kaufen. Dann können wir... Nehmen wir ruhig mit, ich hab. Ja, ich musste... Also das Spiel ist doch... Was ist das? Alpha ist es noch, ne? Oh, da müssen wir aufpassen. Die sind manchmal friedlich, manchmal feindlich. Sollten wir auf jeden Fall mal erwähnen. Oh, rote Elfen. Die ficken uns. Das lassen wir nicht so nah ran. Wo bist du denn? Ich bin hier, hinter dir. Da ist noch ein Busch. Den können wir markieren. Also, falls hier irgendwelche Bugs sind... Oh, die gucken zu uns hin, glaub ich. Sind das Computerspieler, oder? Ne, das sind so Gruppen. So NPC-Gruppen. Ja, mein ich doch. Computerspieler, sowas. Aber wir gehen da nicht hin, wir machen uns auch platt. Also, NPCs. Wir sind Pilze. Hab ich schon welche? Oh, das ist Scottish Terrier. Da ist, da ist unten ein Ding. Lass das mal töten. Killing Machines, Junge. Guck mal, wie wir hier abgehen, Alter. Wir sind 2xp, yeah. Voll die Mörder-Botzen. Da hinten ist noch eine Blume. Die Blumen sind cool für die Alltränke. Die hol dich noch. Ich bin eine unlobte Töte. Ich bin eine unlobte Töte. Blume. Ich hab auch noch eine Blume. Kannst auch so rollen, guck mal. Ins Wasser. Geil, wie hast du dich gerollt, Alter? Mit Steuerung kannst du auch klettern, ne? Wie hast du dich gerollt? Oh, da vorne sind ganz viele... Erstmal mit Steuerung hier einen Baum hochklettern, guck mal. Und rollen, dann musst du... Guck mal, guck mich an. Ja. Zack. Ja, wie machst du das? In eine Richtung gehen und dann einfach auf das mittlere Mausrad drücken. Die mittlere Maustaste im Grunde drücken. Funktioniert bei mir nicht. Ach so. Dafür hab ich jetzt meinen Cursor kurz eingeblendet. Nein, das geht nicht. Ich hab's doch getestet gerade. Das muss... Das geht mit allen. Das geht nicht. Das geht aber vielleicht nicht, weil ich eine extra Maussteuerung hab. Weil ich so eine Special-Maus hab. Für körperlich Behinderte. Das ist eigentlich nur das Mausrad, wie gesagt. Ich drück auf das Mausrad. Wir müssen ein bisschen da rüber, noch hinter diesen Hügel da. Hier, zoome ich nur rein und raus. Da hinten ist ein Hütchen. Ein Rabe, ein Rabe. Da hinten ein Rabe, ein Rabe. Ey, den töten wir. Oh, der ist nur blau. Ja, ist doch egal. Ja, fick ihn an. Dann töten wir ihn auf jeden Fall. Vergiftet, du Sau. Bam, stirb. Boah, ein XP. Hast du gesehen, wie ich ihn weggeschnabbelt hab? Krass. Aber ich hab ja nur noch 180 Lebenspunkte. Ginseng. Boop, häng ich am Baum. So, da hinten so eine rote Blume, die holen wir auch noch. Auf jeden. Geile, ich will auch... Egal, spring nicht halt. Da ist nochmal Ginseng. Ne, Cotton. Ah, siehst du die Statue hier? Guck mal. Ja. Da stirbt man... Da kommt man wieder, wenn man stirbt. Genau, da sind die Spawn-Dinger. Wenn die kaputt ist, fängst du da wieder an. Boah, wir sind mega die Bonzen, Alter. Also, um nochmal darauf zurückzukommen. Das Spiel ist noch in der Alpha. Also, bei Bugs darf man da auch nicht zu ernst sein. Zu kritisch. Und wir haben direkt zugeschlagen, weil das Spiel jetzt mit jedem Entwicklungsstadium auch teurer wird. Genau, wie bei Minecraft. Aber Updates sind natürlich free. War das bei Minecraft auch so? Da können wir uns ausruhen, geil. Ja, da nimmst du... Da kriegt man HP wieder, das brauche ich auch. Genau, HP wieder zurück. Ich habe ja nicht nur noch 180 Punkte. Ich halte mal den Rücken frei. Da oben ist was, da ist so... Das ist ein roter Typ, das ist ein Lizardman. Das ist ein Lizardman, der kommt. Ich habe nur noch 65 HP, der macht... Oh, fuck, der hat 86 Schaden gemacht, Alter. Boah. Hau ab, junge Lizardman. Der fickt mich weg. Oh, Mann, Alter. Hinter wen ist der her? Hinter mir. Ist der hinter dir her? Schieß den ab. Ich geh pennen. Ja, ich muss schlafen, ich habe kein Leben mehr. Wo bist du? Lauf einfach im Kreis. Ja, mach ich doch. Ich laufe jetzt wieder zur Matte. Dann fick ich den an und dann... Ich habe nur noch 8 Lebenspunkte, ja? Also bitte. Okay, komm, geh. Ich glaube, das ist seine Matte. Ist der noch hinter mir her? Nee, der ist hinter mir her. Kannst du aufs Bett gehen? Ja, ich bin auf dem Weg. Und pennen. Oh, ist der schnell. Der ist mega schnell, Alter. Ich glaube, der mag das nicht, wenn man auf seiner Matte pennt. Kann sein. Wenn er mich trifft, bin ich tot. Echt? Hast du schon wieder Lebenspunkte verloren, oder was? Nee, ich habe 213. Aber der hat mir eben auch noch... Einmal hat er mich getroffen. Der hat mich eben einmal getroffen, hatte ich direkt 86 Punkte runter. Ey, guck mal hier, dieser... Lolololol. Level 10... 100... Oh, nein. Entschuldigung. Da bin ich tot. Ja. Ich bin tot. Ich bin in den Schatten gelaufen und hat er von mir abgelassen. Das kann sein. Vielleicht ist er auch zu mir gekommen, weil er seine Matte verteidigt haben wollte. Langsam lichtende Scheiße. Wo bist du denn? Ja, in der Statue, aber noch gesehen. Man sieht uns ja. Pass auf, der Lizardman ist da wieder auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Achso, doch, ich sehe dich auf der Karte. Ich komme jetzt in deine Richtung. Der raucht jetzt ab. Habe ich meine Sachen noch? Nee, ne? Warte mal kurz, ich habe noch andere Waffen. Vielleicht machen die mehr Schaden auch. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber ich glaube nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Mach mal ein Licht an, dann sehe ich dich. Hier bin ich doch. Okay, da. Du siehst mich auch oben auf der Karte. Ich weiß. Ey, guck mal hier, dieser... Lolololol. Der ist ja bei 106.000, alter. Freak. Der hat 2.000 Lebenspunkte. Das 1 wird... Also, die machen dasselbe, beiden. Die beiden Mögen, die ich habe. Achso. Ja, meine Sachen auch. Das sind halt nur Faustwaffen und Dolche. Ja, der heißt, der hat so einen Faden um. Dann kommt so ein grünes Ding, siehst du ein Blatt. Ja, hab ich gesehen. Jetzt ist wohl... Meine Sachen sind natürlich wieder weg, ne? Ich glaube ich. Der Typ... Nee, doch nicht, die sind noch da. Die sind noch da. Dann sollten wir den irgendwie umgehen. Dann gehen wir jetzt weg. Der rennt da am Feuer rum. Aber wir müssen halt in die Richtung wegen... Oh! Wo bist du? Du bist im Wasser. Ich hab grad gedacht, hier ist ein Loch und das hört nicht mehr auf. Minecraft-mäßig. Ja. Man ist da ja doch vorgeschädigt jetzt, ne? Können wir keinen Zaun bauen, ne? Wobei Minecraft macht wirklich Bock. Auf jeden Fall. Aber Cubed auch. Hätte ich nie mitgerechnet. Ich hab wirklich nur kurz angetestet. Machen wir die Klassen so kurz. Aber es hat richtig Bock gemacht schon. Ich find's super... Ich tue. Ach.